Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Costa Cordales, ein kleiner Rückblick. Ja, wie ihr alle mitbekommen habt, die Schlagerikone Costa Cordales ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Sein Sohn Lucas Cordales bestätigte den Tod seines Vaters laut einem Medienbericht. Dennoch starb Costa Cordales bereits am Dienstagnachmittag auf Mallorca im Kreise seiner Familie. Lucas Cordales sagte gegenüber dem Berliner Kurier, wir sind alle tief traurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen fehlen. Costa Cordales hinterlässt neben seiner Frau Ingrid Cordales drei gemeinsame Kinder aus der Ehe. Neben Sohn Lucas die beiden Töchter Kiki und Eva Cordales. Todesursache nicht offiziell bekannt. Zur Todesursache bei Costa Cordales machte die Familie bislang keine Angaben. Allerdings sagte Sohn Lucas zu dem Blatt, sein Vater, Costa Cordales, sei friedlich eingeschlafen. Costa Cordales musste bereits Anfang des Jahres in ein Krankenhaus eingeliefert werden und dort längere Zeit behandelt werden. Als Grund wurde ein Schwächeanfall genannt. Bereits zuvor war allerdings bekannt geworden, dass Costa Cordales Wassereinlagerung im Körper hatte. Den Schwächeanfall Anfang des Jahres führten Sohn Lucas Cordales und seine Frau Daniela Katzenberger auf einen jahrelangen Raubbau am eigenen Körper des Sängers zurück. So litt Costa Cordales bereits seit Jahren an sehr starken Rückenschmerzen und musste bereits vor fünf Jahren an der Wirbelsäule operiert werden. Der Bühne blieb der leidenschaftliche Musiker aber nie fern. Costa Cordales und seine Lieder, die die ganze Nation mitsang. Der 1944 im Mittelgriechenland geborene Künstler, der mit der dunklen Lockenmähne, war er mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Seine erste Platte brachte er 1965 heraus. Eine deutsche Version von Elvis Presleys Crying in the Chapel mit dem Titel Du hast ja Tränen in den Augen. Der Durchbruch gelang ihm in den 70er Jahren mit Liedern wie Carolina, Annalena und Anita, einer schweizhaarigen Schönheit aus Mexiko. Der Ohrwurm wurde zu Cordales größtem Hit. Auch an TV-Shows nahm er teil. So etwa 2004 an der ersten Ausgabe des RTL-Dschungelcamps, aus der Cordales prompt als Sieger hervorging. In späteren Jahren plagten den Künstler immer wieder gesundheitliche Probleme. Nach einer Bandscheiben-OP kollabierte er 2013 in Chemnitz auf der Bühne. 2017 brach er sich nach einem Sturz im Badezimmer den Knöchel. Ich bin ein Kämpfer, betonte er damals in Interviews und schaffte es noch einmal zurück ins Showgeschäft. Gosto Cordales, Familie mit Frau Ingrid und drei Kindern. Mit seiner Ehefrau Ingrid hat Cordales drei Kinder. Schon seit vielen Jahren verbrachte das Paar die meiste Zeit des Jahres mit der Familie. Darunter Sohn Lukas und dessen Ehefrau Daniela Katzenberger in Santa Ponca auf Mallorca. Auf der Insel war er auch häufig in den Partyclubs am Ballermann aufgetreten. Ja, meine lieben Leute, das war der kleine Rückblick auf sein Werk. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr über Costa Cordales sagt oder was eure schönsten Erinnerungen waren. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und bleibt uns treu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017